Willkommen zurück zu SFS Ideas. Heute haben wir wieder etwas mit Treibstoff am Start und zwar die Treibstoffleitung. Und zwar kennt ihr das vielleicht schon aus Kerbal Space Program oder KSP genannt. Dort gibt es nämlich auch Treibstoffleitung, wodurch man von einem Treibstofftank zum anderen Treibstofftank automatisch den Treibstoff transferieren kann. Relativ logisch, denke ich mal. Aber nicht nur in Kerbal Space Program gibt es das, sondern natürlich auch in Wirklichkeit und zwar beim Space Shuttle. Ihr kennt doch sicher diesen gigantisch großen orangenen Treibstofftank. Da sind keine Triebwerke drunter und das liegt aber daran, dass die Triebwerke am Space Shuttle selber dran sind und diese ziehen dann ihren Treibstoff mit Hilfe von Treibstoffleitungen aus dem großen orangenen Treibstofftank. Daher funktionieren die auch nicht mehr, wenn der orangenen Treibstofftank abgekoppelt ist, wenn er leer ist. Dann sind sie im Grunde nur so eine tote Masse, die dann einfach mitfliegt. Was ich nicht unbedingt effizient finde, aber naja, egal. Jedenfalls Treibstoffleitung. Grundlegend sollen die dann halt so aussehen. Das ist hier erstmal so eine Dreiweite, zwei hohe Verbindungen. Es gibt natürlich noch viele andere Verbindungen, die man dann frei machen kann, aber das wird dann halt relativ schwer in einzelnen Bildern zu erklären. Daher hier erstmal ein einzelnes Bild, wie das aussehen soll. Wir haben also zwei Verbindungen, einmal links, einmal rechts. Die verbinden sich an die Treibstofftanks und in der Mitte ist dann hier in dem Fall eine orangenen Leitung. Ich kann dir vorstellen, dass es dafür auch viele andere Farben geben wird, also auch die klassischen Skins, die wir bisher haben, dass man die dann in den Farben umfärben kann und dann verbindet man das damit. Vielleicht gibt es noch einen Pfeil in der Mitte, ja, dass man sieht, in welche Richtung der Treibstoff transferiert wird. Aber ansonsten würde ich sagen, dort, wo man quasi beginnt und dort, wo man hinzieht, in die Richtung fließt dann der Treibstoff. Ganz genau. Also, dann hätten wir das. Ich habe hier noch so eine kleine Beschreibung gemacht und ich habe es gezeigt, wie es hier in dem Baufeld quasi an der linken Leiste aussehen würde. Und dann haben wir hier die Treibstoffleitung, Masse 0,1 Tonnen und dann habe ich hier halt die Beschreibung. Ist in Englisch, schon klar. Ich habe das auf dem SFS Discord-Server gepackt und da bringt es halt relativ wenig, das auf Deutsch zu machen. Daher würde ich mal sagen, ich übersetze es kurz. Die Treibstoffleitung wird verwendet, um automatisch Treibstoff zu transferieren. Relativ einfach, relativ logisch. Also, funktioniert so ganz genauso. Und dann haben wir hier nochmal eine Verbindung zwischen zwei Treibstofftanks. Ist jetzt nichts Sonderbares, Wunderbares, ja. Das ist halt einfach nur eine ganz einfache Treibstoffleitung. Zwischen zwei Treibstofftanks. Funktioniert dann natürlich genauso zwischen mehreren Raketenstufen und so weiter und so fort. Ja. Jedenfalls, ich stelle es mir so vor, dass wenn man dazwischen Verbindungsstücke bereits hat, wie zum Beispiel einen seitlichen Separator, dass es so lange quasi halten bleibt. Und sobald der seitliche Separator abgetrennt wird, dann geht quasi diese Treibstoffleitung verloren. Die wird abgetrennt in der Mitte, beziehungsweise an einer der beiden Seiten. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls wird es dann natürlich nicht mehr verbunden sein, damit die Raketenstücke nicht aneinander hängen. Denke ich mal, ist relativ logisch. Jedenfalls, das wäre es dann so ziemlich mit dieser Idee. Ich finde es ganz nützlich, vor allem wenn man zu letzter Woche schaut. Da hatten wir ja den automatischen, den mehrfachen Treibstofftransfer. Das bedeckt eine ganz schön große Fläche auf dem Bildschirm und man kann die Rakete nicht so besonders gut sehen. Dementsprechend wäre es schön, wenn man Treibstoffleitung hinzufügt und dann den Treibstoff automatisch transferieren kann. Dementsprechend hat man halt nicht so einen großen Nutzen mehr an dem Feature in der letzten Woche. Aber naja, egal. Also, das war es dann mit der Folge. Wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, ja, das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!